In diesem Video zeigen wir euch wie ihr Packs agraftet und nebenher euch die Packs noch finanzieren könnt mit Hilfe einer Low Budget UV Liste und dann würde ich sagen fangen wir direkt an mit dem Video und zwar geht es um die Packs agraften was ihr da ganz ganz leicht macht ihr braucht ein Budget von ca. 200.000 Münzen dort kauft ihr Rares und gebt die für diese Premium Gold Packs ab wir empfehlen euch da die Premier League da die Premier League wie gesagt ihr die meisten Walkouts ziehen könnt und gleich viele Toties wie in der League auch. Ihr öffnet die Packs dann einfach ganz ganz leicht und da werden immer 3 Rares und 9 Non-Rares rauskommen wie man sieht ihr öffnet die Packs so lange bis ihr Duplikate habt öffnet die seht ihr kommt mal ein Bordspiel raus und wie ihr sagt da öffnet ihr die ganze Packs so lange bis ihr Duplikate habt was ihr seht dass ihr Duplikate habt was ihr macht ihr recraftet dann die ganzen Duplikate heißt ihr geht dann drauf und wenn ihr Duplikate mit Non-Rares habt dann geht ihr einfach drauf und geht auf Squad Building Battles und da seht ihr hier unter Favoriten würde ich euch empfehlen tut ihr euch unter die Favoriten und zwar geht einfach auf die Premier League und die würden wir euch da empfehlen da tut ihr dann eure ganze Rares recraften und genau das gleiche macht ihr mit den Non-Rares die tut ihr dann einfach in das Gold Upgrade machen da würde ich euch empfehlen nutzt den Assistenten gebt ein Gold Premier League und dann die neueste und dann seht ihr hier wird das der Assistent für euch machen und ihr müsst nur noch die restlichen alles auffüllen mit den ganzen Non-Rares und dann schickt ihr das alles ab und wie gesagt so könnt ihr euch die Packs recraften durch jedes Pack wo ihr öffnet braucht ihr nur 6 Rares da ihr durch die Gold Upgrades dann wieder 2 zurück bekommt und in jedem Premium Premier League Upgrade 3 Rares drin sind und so könnt ihr das machen wer mehr Packs sehen will kann gerne bei meinem Kanal Lamey vorbeischauen dort habe ich nämlich noch über 300 Packs auf der Uhr und die werden wir alle im Stream öffnen und ja wie gesagt dann kommen wir zu der zweiten Methode wie finanziert ihr euch die Packs ganz ganz leicht ihr geht auf den Transfermarkt und stellt dann ein hier Gold selten und da würden wir euch die Bundesliga empfehlen da es dort am besten geht und erbietet euch jede Gold Rare für 700 Münzen seht ihr könnt ihr extrem gut machen 650 zu erbieten ist sehr sehr schwer deswegen könnt ihr natürlich auch versuchen aber 700 Münzen sollte normalerweise besser sein ihr werdet mehr Packs gekommen wie gesagt ihr müsst da vielleicht auch mal 750 bieten und wie gesagt erbietet euch die ganzen aus der Bundesliga aus der Serie A geht das sehr sehr gut und ihr seht die laufen da gefühlt auch aus da könnt ihr extrem gut alles bieten was ihr da bekommt und ihr werdet sehen ihr werdet da eine Menge bekommen wenn ihr gerade seht ihr werdet da durchgehend überboten geht einfach ein paar Seiten nach hinten und dann könnt ihr da extrem gut auf jede Karte bieten wenn ihr dann eine Karte bekommen habt hier für 700 Münzen was das erste viele Karten bekommen werden dann stellt ihr die ganz ganz leicht drauf und zwar geht einfach auf die Karte und ich stelle die alle drauf jede Karte stellt ihr drauf für 1100 Münzen macht da eine hunderte Liste das ist sehr sehr wichtig es gehen im Schnitt dann 15 Stück pro Stunde weg und so macht ihr 5000 Münzen pro Stunde und ihr könnt da extrem viel machen wichtig ihr müsst halt jede Karte einfach nachkaufen wo ihr verkauft und da würden wir euch empfehlen über die Web App nachzukaufen und das mit 70k Einsatz ist schon echt gut und das ist die Trailing Methode wo wir euch empfehlen würden dann würde ich sagen was ist mit diesem Video wenn es euch gefallen hat lasst euch sehr gerne ein Abo und Like da und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video und Tschüss bis dann 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 bis Bis zum nächsten Mal.